Bei mir kackt gerade alles. Was ist hier los? Und das hat das so gut gemacht? Oh ja. Wie schön. Frischmann lebt noch? Ne. Frischmann ist da eben rausgefallen. Okay. Es war wie gestern. Ich habe wieder nicht gesehen, wie es passiert. Scruffy ist einfach stehen geblieben und ich bin hinten drauf gefahren. Ja, also lag. Und damit war Neo auch weg. Damit haben wir verloren. Ja. 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 Nu. Ja. Lefka ist eine Drowka, oh, okay. Oh, schon. Fuck. Ich mein, der ist auch rot geworden dadurch. Warum hat der den Javelin ausgepackt? Äh, sehr nah, glaub ich. Direkt links neben uns. Ich bin direkt links neben euch. Und ich auch, aber ich weiß nicht. Äh, das ist ein Auto. Ah, okay. Ne, das war's. Ich hab gerade aus genauer Richtung geschwätzt gehört. Danke. Kacke. Danke. Wie kann ich auch mal ein Flasster, bitte? Ja. Drohne. Ah. Drohne. Äh, wir haben einen Stinger durch seinem Rücken. Warum genau sind unsere Fahrzeuge rosa? Neo? Neo? Drohne? Ja. Kannst ja danach einen neuen aus dem Pickup nehmen. Ah. Jetzt macht nur einer von euch, das reicht. Ich hab's aufgeschaltet. Okay, Feuer, du. Feuer, du. Gut, dann. Soll ich gerecht. Zwei. 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 Ach, das ist hier, ähm, Telekom hier. Wie heißt die Farbe? Magenta. 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 Genau. Seid ihr repariert? Ja. Ah, Neo, mach das nicht mit den Texturen. Was? Zur Hölle. Was war das? Ich weiß nicht. Ich hab nichts mitbekommen. Ich bin in die Luft geflogen und dahinten 50 Meter weiter gelandet. Musste zurückfahren. Keine Ahnung. Ja, dieses Fahrzeug ist echt ein Geschoss. Nee. Ja, und hat eine schöne Farbe. Nein, die ist zum Kotzen. Aber nur mit ein bisschen Blut drin. Wenn Neo dich mal besucht, sind deine Hühner dann auch so aus. Ja, ich bringe Acryllack mit. Fällt aus. Aber für die Principesa würde das doch passen, für den Namen jetzt. Welche Farbe hätte ein Freshman lieber? Die Principesa ist wunderschön, wie sie ist. Auch wenn sie ziemlich fett ist. Was? Was? Die Vorhänge kann ich leider nicht zuziehen. Das wäre gut. Ja. Er parkt jetzt direkt vor der Tür. Ist das hier die Haustür? Ja. Ja, ja. Der Punkt auch. Von hinten jetzt hier, wo du eben warst, hier könntest du durchs Fenster schießen. Direkt rein. Ich will aber nicht im gleichen Haus sein, wenn ich sowas tue. Ja. Das klappt. Gut, dann komm mal raus. Wir laufen. Ja. Oh, eine Straßensperre. Wie schön. Wie kann ich mich erinnern? Wie es getaut ist, dass ich ein ganzes Mal muss. Machina! Sind doch, sehr gut! Steh'n! Huh! Naja. Genau wie beim, beim, beim Mark 23. Socom sagt, wir wollen eine Pistole als primäre Angriffswaffe und das Ding soll 20.000 Schuss schadlos, störungsfrei überstehen. der Klaren Koch so say no more dann haben sie geliefert und dann das so kommen so ja okay, cool können wir das auch kleiner haben das war in letzter Zeit unser 545. Fail Schnapszahl ja eh, muss man nicht einen Schnaps trinken und wir haben 111 Comcenter gehackt zwei Schnäpse, Mann gleichzeitig was? beide Schnapszahlen gleichzeitig anscheinend ich hab irgendwie einen